also willkommen zurück zur nächsten folge kabelverhedderung nein zu portal 2 das kabelverhedderung lag daran dass ich glaube sie mir kabelverheddert hat hier so kletters will auch mal wenden ich meine wir sollen so schnell wie wir nicht werden nach oben und nach oben die wir uns dann auch wieder erst mal wieder so ein mini-leck mini-leck macht farbe dran dann stieße ich mich rüber das ist dann müssen wir wohl noch mal noch ein bisschen höher halt wir wollen da ja hin wir wollen da ja hin wir landen ja hier oben und dann da dran wollen wir das noch machen was überklappen wenn wir gerade nur da dran fahren und springen in das portal wenn wir nicht mehr drinnen landen oder so einfach und den raum haben wir glaube ich alle drei arten oder ja alle drei arten haben wir hier also könnte das lustige sache werden der vollen aufmachen namen harton hier wirklich dabei ist es ja nicht mal so dass es als wäre es irgendwie urlaub wir wollen da nicht mehr drinnen die sind wir dann nicht mehr drinnen wir wollen da nur noch mal drinnen und dann stück Also wenn sie so ein bisschen verteilt haben, ist es vielleicht da eins, man könnte mal da eins Wie ist denn hier wieder verteilt liegen, hallo? Was ist verteilt liegen? Wirbel Da war der Schwule Da hat es So So So, verteilen wir ein bisschen hier So So Weil an sich Ich glaube ich dann nochmal da oben Ein bisschen von dieser Masse hier Weil auch hier brauchen wir ein bisschen die rote Oder die Einstellung für die Sichtheit Ich glaube wir müssen das eher anlassen Weil wir sonst nicht gut sind Das wird nicht Wird nicht Was hat das anlassen? Nein Wir müssen das Wir müssen das Ähm Das ist dann Färben Wir haben das weiß da an der Stelle Bitte eine Lieferung weiß Eine Lieferung weiß an der Stelle bitte Das ist dann alles wie eine Färme oder? Wie? 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 Vielleicht fällt das wieder auf mir Und das fällt nicht alles ran Oh Verdammt Verdammt Das fällt ja wie alles ran Soo, flamen wir mal kurz, wir sind noch mal an, wir sind noch die anderen Farben noch hier drinnen, ok Sooo Dann schwupp Die Sache ist, wir bräuchten, hier sitzt er in Weiß Wir bräuchten an dieser Stelle Weiß Dann ist wir teilweise entgegen Und dann bräuchten wir an dieser Stelle Hier das hier Dann aber noch tief ... ... Jetzt ist er, wie verr brainenside wird型 Sollte So... So... Was ist das vielleicht da? Klob Näh Das war das Problem auch nicht schön dort So... 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 So, dann nochmal... Jetzt wird alles wieder in eine Farbe hier... So... So... Is it, yeah, you have to do it and drop it. So... Oh... Oh... Ich bin ein bisschen verwirrend. Und ist das hier gerade sehr. Okay, dann fehlt je ein... Ich höre wieder hier. Okay, das ist ein Anix. Okay, da kommen wir weiter her. Okay, da kommen wir weiter her. Okay. 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 Es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige, wachtgeile KI vorzugehen, aber immer noch besser, als zu explodieren. Ein wenig. Jetzt sind wir wieder da, wo die normalen Testgebiete sind. Die Ruinen, die Unruhe, aber auch die Unruhe. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Heißer, heißer, kochend heiß, kochend heiß. Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt, ganz, 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 ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf! Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir moxen hier seit zwölf Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten, wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Hä? Okay. Löse das Heizel. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich jemanden... Haha, yes! Ich wusste, du schaffst es! Hey, Schwachkopf. Oh. Hallo? Zeit für Paradoxa. Dieser Satz ist falsch. Nicht darüber nachdenken, nicht darüber nachdenken, nicht darüber nachdenken. Ähm, wahr. Wahr, würde ich sagen. Hm, das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon. Ich flitze, oder? Es ist ein Paradoxa. Es gibt keine Antwort. Dort! Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Äh, falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage sofort überlegt. Warte, was hab ich doch repariert? Warnung, kritischer Reaktor, Kernthalz. Da, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, ähm, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's! Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein, so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Ah, aber ich sage dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Suche. Ich muss testen. Immer nur testen. Oh, Jeli. Okay, du testest. Ich gucke zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberheizung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Und mit den Worten, wir haben ein Problem, verabschiede ich mich aus dieser Folge. Aber dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.